Hallo, ich bin Ralf und ich treffe heute im wunderschönen Donautal für die Kaufland-Einkaufsakademie Dr. Clemens Derschel. Er war langjähriges Mitglied in der Deutschen Tierschutzkommission. Außerdem ist er Experte für Tierwohl bei Kaufland. Was hat es mit den Haltungsformen beim Fleischeinkauf auf sich? Woran erkennt man, wie die Tiere gehalten werden? Und welche Entwicklungen gibt es beim Thema Tierwohl und Haltung, sowohl im Einzelhandel als auch bei den Landwirten und Landwirtinnen? Darüber plaudere ich heute mit Clemens. Ich freue mich auf ihn. Kommt mit! Hallo Clemens, schön dich zu sehen. Hallo Ralf. Wir sind ja gerade auf einem Hof, wo ihr auch von Kaufland euer Fleisch bezieht. Du bist der Experte für Tierwohl bei Kaufland. Was hat es eigentlich mit diesen Haltungsformen auf sich? Wie funktioniert da die Kennzeichnung? Die Haltungsform signalisiert für den Verbraucher, wie die Tiere gehalten werden. Und das sehen wir dann in vier verschiedenen Klassifikationen. Und welche das genau sind, gucken wir beide uns heute an. Wir haben uns gerade über Haltungsformen unterhalten. Welche vier Kategorien gibt es denn und wie sind die definiert? Eins ist gesetzlicher Standard. Das ist eine ordentliche Haltung, entspricht den Haltungsformen, wie wir sie wollen, im Hinblick auf den Gesetzgeber und entspricht auch dem Qualitätssicherungssystem. Zwei ist schon ein bisschen mehr, nämlich mehr Platz. Und die Schweine bekommen im Stall Beschäftigungsmaterial, sagt man dazu. Deswegen Stallhaltung plus. Dieses Siegel ist dann blau gekennzeichnet. Die drei ist dann gekennzeichnet orange. Das heißt Außenklimahaltung, weil entweder die frische Luft zum Schwein kommt oder das Schwein geht raus zur frischen Luft. Dazu kommt mehr Platz, gentechnikfreie Fütterung, noch mehr Beschäftigungsmaterial, also Reize für das Tier, keine Langeweile zu empfinden. Und vier ist ein absoluter Top-Standard. Doppelt so viel Platz, noch mehr Auslaufmöglichkeiten, nämlich richtig rauszugehen. Da ist auch die gentechnikfreie Fütterung natürlich dabei. Und dieses Siegel ist dann grün gekennzeichnet. Vielen, vielen Dank für die Einordnung. Jetzt ist mir einiges klarer geworden. Ich würde es jetzt aber gerne mal in der Realität sehen. Vorschlag, wir fahren zum Stall, gucken uns alles an. Okay, let's go. Jetzt sind wir da. Jetzt ist mir erstmal heiß. Clemens, du hast mir erklärt, dass bei der Haltungsform 3 das Außenklima eine wichtige Rolle spielt. Kannst du mir das hier vor Ort noch einmal erläutern? Ich kann dir den ganzen Stall zeigen mit Außenklima. Und das Besondere ist, hier haben die Schweine auch mehr Platz. 40 Prozent als gesetzlich vorgeschrieben. Das gucken wir uns jetzt mal an. Du hast mir erzählt, dass bei der Haltungsform 3 die Schweine deutlich mehr Platz haben. Was gibt es denn noch Besonderes bei der Haltungsform 3? Musst du dich nur umgucken. Frische Luft. Die Schweine können auswählen, ob sie drin sind oder draußen sind. Und die lieben das. Und wie wir gerade gesehen haben, Stroh ohne Ende ist wichtig für die Schweine. Frisches Stroh. Frisches Stroh. Das riecht gut. Es ist beißfest, zum Knabbern, piekst. Das mögen die. Und dann finden wir noch einen Jutesack oder ein Baumwollseil. Organische Materialien, mit denen die Schweine sich beschäftigen können, drauf rumknabbern können. Wichtig ist, Schweine sollen keine Langeweile haben. Warum bietet ihr bei Kaufland eigentlich noch Haltungsform 1 und 2 an, wenn euch das Tierwohl so am Herzen liegt? Das ist ein Prozess, der kontinuierlich weiterentwickelt wird. Innerhalb unserer Eigenmarken haben wir Haltungsform 1 zum 1. Juli gänzlich ausgelistet. Sehr gut. Umgestellt auf Haltungsform 2 als Standard. Haltungsform 3 soll weiterentwickelt werden. Eine Verdoppelung sogar bis zum Jahr 2023. Innerhalb des Fleischsortiments haben wir bei Rind jetzt auch Haltungsform 3. Das Tierwohl betrifft ja jetzt nicht nur die Schweine, sondern auch den Geflügelbereich. So haben wir ein Ziel. Bis 2026 soll jedes fünfte Geflügel aus Haltungsform 3 und 4 sein. Also auch eine stetige Entwicklung. Du bist ja sehr gut vernetzt. Was ist denn die Resonanz bei den Verbrauchern, Verbraucherinnen? Was kriegst denn du da für Stimmen gespiegelt? Also wenn ich draußen in den Filialen bin, mit den Fleischtheken rede, merken wir auch, dass das Thema eine größere Relevanz bekommt. Und wenn mir dann die Leute an der Theke sagen, dass jeder dritte Kunde inzwischen wissen will, aus welcher Haltung das Fleisch ist, wo es herkommt, dann ist es ein Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn wir beide schon mal die Chance haben, bei einem Landwirt zu sein, der Kaufland beliefert, würde ich natürlich mich gerne noch ein bisschen mit dir umgucken, wenn ich schon so einen Experten an meiner Seite habe. Dann marschieren wir mal los. Let's go. Was passiert denn mit den Landwirten und Landwirtinnen, die nicht umstellen wollen? Also jeder ist seines Glückes Schmiedes, gerade innerhalb der Landwirtschaft. Das sind selbstständige Unternehmer, die auch die Zukunft mit im Blick haben sollten. Und wenn jetzt einer meint, er sollte in der Haltungsform 1 stehen bleiben, die werden bei uns wahrscheinlich keine Chance haben. Das finde ich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wie wird sich denn der Fleischkonsum gesellschaftlich weiterentwickeln und was trägt der Handel dazu bei? Also wir rechnen damit, dass der Fleischkonsum stetig zurückgeht. Darüber sich Gedanken zu machen, ist eine Aufgabe, die auch Kaufland sich auf die Fahne geschrieben hat. Deswegen auch ständiger Kontakt mit der Wissenschaft, Gespräche mit den Stakeholdern der Nichtregierungsorganisationen, Tierschutz, Umweltschutz, aber auch die Landwirtschaft. Wie können wir die Landwirte mit ins Boot holen? Wie können wir die unterstützen? Wie wir die unterstützen können, Gespräche mit Bauernverband und ganz wichtig natürlich auch Politik, weil ja auch da die Rahmenbedingungen passen müssen. Vielen Dank für dieses interessante und lehrreiche Gespräch. Habe ich gerne gemacht. Das war heute ein super Dialog. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, dass auch ihr viel gelernt habt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und schreibt gern was in die Kommentare unter das Video.